Grüße euch, kreative Kunstinteressenten meines Webshops mit dem sinnigen Namen Eternal Quest. Eternal Quest ist der Titel eines Buches, das ich vor vielen Jahren von Paramahansa Yogananda, dem Begründer der sogenannten Self-Relation Fellowship, gelesen habe. und bedeutet eben auf Deutsch, von Englisch übersetzt, ewige Suche. Die meisten Besucher wissen, dass ich an der Mannheimer Musikhochschule und an der Berufshochschule für Musik in Grumbach, das ist bei Günzburg in Bayern, diverse Fächer unterrichte und sind vielleicht deswegen als Schüler, Studenten dieser Schulen auf dieser Seite oder weil sie die ein oder andere Komposition hören oder erwerben wollen. Seit meines Lebens habe ich neben dem Klavier Bosaune Geige Schlagzeug üben stets im Drang verspürt, eigenes Auditives am Klavier und bald mit allerlei technisch-klanglichen Hilfsmitteln zu kreieren. Dieser schöpferische Drang drängte mich dazu, einen Masterplan zu gründen, wie mit Hilfe von Harmonik, Melodik, Form und Rhythmik ein meisterhaftes Muster eine Mastermatrix erzeugt werden kann. Meine diesbezüglichen Errungenschaften veröffentlichte ich dann vor einigen Jahren zuerst in zwei Büchern, danach in 250 Lehrvideos, die hier zu sehen sind. Durch mein Klavier-Klassik-Studium und mein darauf folgendes Jazz-Studium sowie einem USA-Intermezzo bezüglich Filmmusik hatte ich noch nie Berührungsängste zu einerseits verstaubten, andererseits neu erblühenden Musikstilen gehabt, die sich meiner Meinung nach meistens lediglich vor allem durch die Rhythmik und die Instrumentierung und nur marginal leicht in Harmonik und Melodik unterscheiden. Neue Medien wie PC und diverse Softwares, auf die ich mich in meiner Tätigkeit Mannheim als Dozent konzentriere, sind ein zeitextensives und vor allem kostenextensives Medium an der Hand des Kreatoren eigener auditiver Ereignisse im Bereich der Musik. Auch für zwei wichtige Bereiche, zu denen neue Medien hilfreiche Hände reichen, habe ich zwei Lehrvideo-Kapitel hier und in YouTube zum kostenlosen Einsehen kreiert. Ihr könnt euch in meinem Map-Shop viele Eigenkompositionen von mir anhören, könnt viele moderne Funky-Jazz-Standards kennenlernen, von mir funky arrangiert, könnt Jazzige und Funky-Player-Longs in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erwerben, könnt euch durch viele poppige Gesangsstücke inspirieren lassen und könnt euch hier für Workshops und Privatunterricht bewerben. Eine ewige Suche nach Sinn in und durch Musik und vor allem im Leben war bisher mein ganzes Leben. Vielleicht kann ich euch sinnvolle Tipps für eure Eternal Quest, zum Beispiel die ewige Suche nach einer emotionalisierenden, auditiven Sprache, ein wenig liefern. Stöbert, downloadet, hört, schaut und findet Hilfe für eure Suche. Euer stetes suchendes Streben, ich denke, ich kann dazu Soulfood2Go liefern. Danke und bis bald!